So, wir sind back, Kölle Karriere, weiter geht's gegen Leverkusen. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Platz Leverkusen ist, aber ich denke mal, die sind schon so in der Top 8, schätze ich mal. Oh, Hector, auf Duda! Trägt mal gute Chance gehabt. Leider nichts draus geworden. Boah, 22 Gegentore und die haben 6 Kills. Und startet Ötchan, Ötchan, Duda, jetzt er weg. Oh, die kommen gut, Pfosten und Dennis, 1-0, zwölfte Minute. Schmeckt saftig. So, komm, Wolf. Über die Außenstaaten, oben läuft die Jakobs. Flanke auf Dennis, 2-0. Easy. Oh, wie immer. Eine Maschine. Unten läuft wieder Wolf. Dennis wieder. Dennis! Hätte ich vielleicht in die linke untere Ecke schieben müssen. Schade. Jakobs! Ja, schlechte Ecke, aber vielleicht fehlt da raus noch was. Duda. Ah, verzogen. Und die Jakobs sprintet. Und Passt und Dennis, Hedrick, 3-0, 44. Leiderküsen steht hinten auf jeden Fall gar nicht gut. So, können wir wieder kontern nach dem Freistoß. Ne, schade. Aber die schenken uns einen ein. Komm, Hagu. Ganz drüben ist Kainz. Kainz! Oh, nächstes Spiel gegen Leipzig. Kainz, 4-1. Das hätte ich nicht gedacht, dass der ankommt. Der Pass, der hohe Pass. Aber wir starten hier richtig gut ins Spiel. 60. Minute, 4-1 gegen Leverkusen. Ich dachte, es wird wieder ein ziemlich enges Game. Ich frage mich, warum in jedem Spiel hier so Konfetti am Rand liegt. Das ist irgendwie ziemlich nervig. Und die Zeitspiegel hier oder was. Oh, shit, da sind, äh, gut rausgekommen. Das könnte gefährlich werden. Das ist echt gefährlich hier. 4-2. Also, zweiter Halbzeit geht hier echt gar nix bei Köln. Das wird zum Ende hin nochmal spannend. 4-3. Oh, der kommt durch. Ein Wurf. Zwei, drei Minuten noch. Kainz, einfach mal rein da die Flanke. Oh, jetzt kein Counter mehr einfangen. Das wäre bitter. Sauber geklärt. So. 4-3. Zum Ende hin echt nochmal spannend geworden. Entschuldigung. 5-1. 6-3. 11-9. 11-9. Vielen Dank.